Der Schlagerboom feiert Premiere. Zum ersten Mal aus Österreich und zum ersten Mal Open Air. Florian Silbereisen hat sich dazu was Besonderes ausgedacht. Endlich wird wieder gefeiert und getanzt, was das Zeug hält. Nach all den Absagen seiner geplanten Schlagerveranstaltungen hat Showmaster Florian Silbereisen mal wieder gute Nachrichten für seine Fans. Am Samstagabend, 1. Juli 2023, findet im österreichischen Kitzbühel der erste Schlagerboom unter freien Himmel statt. Die Zuschauer, die eines der begehrten Tickets ergattern konnten, stehen bereits in den Startlöchern. Doch auch von zu Hause können Fans beim Schlagerboom mitfeiern. Das Spektakel wird zur besten Sendezeit auch in der ARD ausgestrahlt. Florian Silbereisen und Co. sind bereits mitten in den Proben. Und die haben es in sich. Schlagerboom, Florian Silbereisen plant fulminanten Auftritt. Er ist ein Mann der ganz großen Auftritte. Florian Silbereisen möchte von Show zu Show einen draufsetzen. Und auch beim Schlagerboom erwartet die Zuschauer vor Ort und vor den Bildschirmen eine Überraschung. Denn der Abend soll schon rasant beginnen. Ein Auftritt mit viel Feuerwerk und Musik? Langweilig. Zumindest für ARD-Moderator Florian Silbereisen. Für ihn muss es dann doch etwas aufregender sein. Wie wäre es mit einem Helikopter? Perfekt. Laut Informationen von Schlager.de soll er zu Beginn der Sendung mit einem Helikopter in das Stadion einfliegen. Dabei soll er außen am Helikopter hängen und sich dann vor dem Stadion abseilen. Fans können es kaum erwarten. Diese Szenen sind natürlich nichts für schwache Nerven. Doch die Zuschauer dürften sich trotzdem über dieses nervenaufreibende Opening freuen. Insgesamt sind die Fans schon heiß auf den Abend. In den sozialen Netzwerken kommentieren sie bereits fleißig und kündigen sich zahlreich an. Die ARD zeigt den Schlagerboom live ab 20.15 Uhr. Dann können die Zuschauer endlich wieder mit der Crème de la Crème der Schlagerwelt feiern. Mit dabei sind unter anderem Andreas Gabalier Haut Carpendale DJ Ötzi Beatrice Egli Vicky Leandros Andy Borg Michelle Mireille Mathieu Ross Anthony Melissa Naschenweng Bergdoktor Star Mark Keller und Albano und Romina Power und viele mehr. Abonniert Graz